Können Sie ein Kind zu viel loben? Wir haben oft gesagt, dass wir, wenn wir ein Kind loben, ihr Selbstwertgefühl stärken, ihnen helfen, selbstbewusster zu werden, und ihr Glück erhöhen. Aber jetzt scheint es, dass nicht alle Arten von Lob gleich sind und einige Formen des Lobes für Kinder schädlich sein können. Ein Artikel von Popronzon aus dem Jahr 2007 im New York Magazine mit dem Titel Wie man nicht mit Kindern spricht, die umgekehrte Kraft des Lobes verweist auf eine Studie der Psychologin Karol Tweg. Dwecks Studie mit 405-Klässlern enthüllte einige interessante Details darüber, was passiert, wenn wir ein Kind dafür loben, dass es intelligent ist. In der Studie stellte Dweck fest, dass es einer schlechten Leistung im Klassenzimmer entspricht, einem Kind zu sagen, dass es schlau ist. Wenn wir dagegen ein Kind loben, indem wir betonen, dass seine Arbeit ihm dabei hilft, seine Gehirnmuskeln zu stärken oder mehr Intelligenz zu sammeln, ist es wahrscheinlicher, dass es in der Schule höhere Leistungen erzielt. Studenten, die mit dem Konzept vertraut waren, dass die Erlangung von Intelligenz ein Prozess ist, neigten dazu, anstelle des Konzepts, dass sie von Natur aus klug waren, eher zu härterer Arbeit zu neigen. Einigen Studenten in Dwecks Arbeitsgruppe wurde gesagt, dass das Gehirn wie jeder Muskel sei. Es entwickelte sich umso mehr, je härter gearbeitet wurde, und viele reagierten dementsprechend sogar mit der Entscheidung, schwierigeres Material zu bearbeiten, damit sie den Gehirnmuskel entwickeln konnten. Kinder, die als schlau galten oder für ihre Intelligenz gelobt wurden, reagierten auf diese Informationen in der Regel zweimal. Wenn die Arbeit hart schien, wollten sie es normalerweise nicht und übertrafen sie im Klassenzimmer normalerweise. Sie machten den logischen Sprung, dass die Arbeit einfach sein sollte, weil sie klug waren, und wenn es nicht so war, wurden sie leicht frustriert. Bei der Wahl entschieden sie sich auch für eine einfachere Arbeit, um zu zeigen, dass sie schlau sind. Diese Studie greift die Arbeit anderer psychiatrischer Fachkräfte darüber auf, was passiert, wenn wir ein Kind loben. Adele Faber und Elayne Matzlis Buch Wie Kinder reden, um zuzuhören und zuzuhören, um zu reden, veröffentlichte 1980 ein ähnliches Argument für die Art und Weise, in der wir ein Kind loben, das eine negative oder umgekehrte Wirkung haben könnte. Sie plädierten für ein Lob, das sich auf das Kind konzentrierte, das dem Kind helfen würde, ein größeres Selbstwertgefühl zu erlangen. Wenn wir ein Kind loben, in dem wie du bist schlau sagen, wird das Lob auf uns gerichtet. Das Kind lernt verschiedene Dinge. Er erfährt, dass Eltern stolz werden, wenn ein Kind klug erscheint und somit in die Rolle des Klugseins geraten ist. Dies führt dazu, dass das Kind nicht bereit ist, Fehler zu machen oder irgendetwas zu tun, das den Stolz der Eltern beeinträchtigen würde. Angenommen, ein Elternteil sagt stattdessen, ich kann sehen, wie hart sie an diesem Satz gearbeitet haben und ihre Rechtschreibung hat sich wirklich verbessert. Du musst stolz auf dich sein. Anstatt das Kind zu bitten, klug zu sein, wenn sie ein Kind loben, erkennen sie die Verbesserung des Kindes an und schlagen auch vor, die beste Quelle für Stolz zu finden. Wenn wir im zweiten Beispiel ein Kind preisen, betonen wir harte Arbeit und den Prozess der intellektuellen Entwicklung. Das Kind muss nicht perfekt sein, es muss nur sich entwickeln und hart arbeiten, um solches Lob zu verdienen, und sollte auch stolz auf sich sein. Ein detailliertes Lob, das sich auf die Entscheidungen, Perspektiven und die tatsächliche Arbeit des Kindes konzentriert, ist möglicherweise besser als einfach, wo, du bist schlau oder wo, du bist so sportlich begabt? Stattdessen überlege, ich habe gesehen, wie intensiv du studiert hast für diesen Test oder der Schuss am Ende des Spiels war wirklich erstaunlich, und ich habe gesehen, wie geduldig sie darauf gewartet haben, dass sie auf der Bank an die Reihe kommen. Das Hervorheben von Wachstum anstelle eines Seinszustands fördert tendenziell ein Kind und beweist dies oft ein besserer Weg, um ein Kind zu loben. Andere Psychologen und Experten für die Entwicklung von Kindern haben die gleichen Argumente geäußert, und es scheint zweifellos aus den von Dreck gesammelten Beweisen ersichtlich zu sein. Wie wir ein Kind loben, ist wichtig. Die spezifischen Dinge, die wir sagen, scheinen von Bedeutung zu sein, und in einigen Fällen kann das, was wir als hilfreich erachten, das Leben eines Kindes unter Druck setzen oder dazu führen, dass es nicht versucht, sich selbst zu verbessern? Wenn Sie sich statt auf unseren eigenen Stolz konzentrieren, können Sie ihnen dabei helfen, ein größeres Selbstwertgefühl zu erlernen. Wenn Stolz immer von Eltern oder Erwachsenen abhängig ist, wie kann ein Kind dann lernen, sich mit Versuchen und Lernen zu belohnen?